Human Connection ist mehr als ein soziales Netzwerk, in dem die Menschen mit sinnlosen Posts, Hetzereien gegenüber anderen Kulturen oder Menschen oder um ihr eigenes Ego aufzubessern, ihre Zeit sinnlos verschwenden. Human Connection ist ein Wissensnetzwerk, in dem die Leute ihre Informationen, ihre Erfahrungen und ihr Wissen miteinander austauschen, um so voneinander zu wachsen. Wie hier im Garten, die Kapuzinerkresse wächst einfach unter der Tomate und unterstützt sie. Der Grünkohl wächst auch neben der Rote Beete oder die Möhre und dabei ist der Grünkohl der Grünkohl und die Möhre bleibt die Möhre. Man achtet einfach an, ja, respektvollen und ehrenvollen Umgang. Dabei ist es natürlich auch wichtig, nachdem man sein Wissen und Erfahrungen ausgetauscht hat, in die Aktion zu treten. Eins sagte Goethe, es nützt nichts, etwas zu wissen, ohne es anzuwenden. Also, take action with Human Connection.